Die Höhle war hier hinten. Ja, da hinten war die Höhle und da geht es jetzt weiter und... Ich hoffe, die machen uns jetzt nicht kaputt. Die Aufregung, ja. In der letzten Folge. Ja, es ist... Also noch ist keiner versenkt. Die schießen sich erstmal gegenseitig an. Ja, ist schrecklich, sowas. Also. Also ich wäre jetzt nicht für drücken. Ich wäre für Schaufel. Grab du mal. Irgendwo davor. Okay. Ja. Okay. So. Ich habe einen Skavarius. Oh Gott. Okay, warte mal. Äh, zack, zack, zack. Hast sich was geändert? Halt. Ich kann es gerade nicht... Es ist immer noch dasselbe Bild. Ja. Aber hier, warte. Ah. Er fordert... Versor, mega. Äh, 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 äh. Ja, 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 ja. Ich kann nicht... Was? Lieg mit X am Boden, das Ding. Und dann heb's auf. Äh, wo ist es denn? Da muss es irgendwo sein, ja. Jetzt hört sich so an, als würden sie uns angreifen. Ach, bitte nicht. Äh, du hast hier einen Schädel noch liegen? Ja, ist egal. Den können wir gleich mit rausholen. Legen wir das mit hier rein in das Ding, oder? Aua. Ah, ja. Ähm, F. Ah. Weißt du, was wir da machen müssen? Wir müssen drei Tresor-Medaillons suchen. Ah. Jetzt müssen wir sowas finden. Ist es nicht der Wasserfall? Ja, das ist der Wasserfall. Warte, ich gucke mir den nochmal genau an. Ah, okay. Ah, die machen mir Angst, die Leute. Ach, ich hätte vielleicht genau gucken sollen, wo. Hab's. So. Ja, oder so. Äh, hebst du das Ding auf? Wo hast du es denn liegen? Hier. Oder warte, ich mach. Ja, mach du. Äh. Diese Kampfmusik, ne? Ja, das ist etwas nervig, aber was soll's. So. Und last one? Stein mit einer Aser. Ach, der ist oben. Oben? Ja. Gut, dass wir die Feuer erkundigt haben, den Sinne. Und das Schiff steht noch. Ja. Und ich kann dir so viel verraten wie... Bitte schießt nicht auf uns. Äh, okay. Äh. Ich glaub, da hat mir, kann... Ja, da hat mir, kann auch nur unser Schiff getroffen. Such du mal nach diesem Ding. Ich versuch die... Äh. Ja, ich hab mich grad verlaufen. Ich muss anders ran. Ich versuch unser Schiff zu retten. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja mit den anderen zusammenzuarbeiten. Ich versuch's gerade nicht an, die Gegner. Ja. Die sind anscheinend nett. Und unser Schiff... Ja, die versuchen, die Piraten zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob sie dann auch auf uns abgesehen haben, aber erst mal sind sie freundlich. Ja, ich bin grad ein bisschen... Bisschen arg viel orientierungslos, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da war's lang. Also noch ist alles gut. Anone wieder umändern, so. Ah, okay. Da ist es geht. Jetzt sollte ich's auch hoch schaffen. Ich hab's nicht hochgeschafft. Ich hab's nicht hochgeschafft. Bauerschlange. Ja, auch ich. Das... Nee. Oh, Mann. Nee. Steuerung. Ach, die Musik übertönt ein bisschen. Die Kampfmusik. Okay. Weißt du, ob der Nasen... Also der Stein mit Gesicht irgendwo ganz oben war? Nee, der war nicht ganz oben. Der war irgendwo... Irgendwo auf halber Höhe. Ach, da ist die Treppe. Beim Wasserfall raus und dann hoch. Das ist das Schiff. Pass auf, die Angst gleich... Äh, gerade auf dich abgesehen gehabt. Also hab... Das Piratenschiff. Das ist direkt hinter dir gewesen. Wir wollten gerade alle auf dich schießen. Okay. Jetzt machen wir uns das Piratenschiff fertig. Äh, da kommt ein Skelett auf dich zu. Ne, ich mein nur ein anderes... Ein anderes noch? Ja, genau hinter dir hab's jetzt. Okay. Oh, hier steht wieder unser Schiff. Hier war's irgendwo... War das hier? Ich folg dir still und heimlich. Oh, ich sag dir orientierungslos hoch 10. Ja, hier auch, oder? Geh mal hier hoch. Ja. Guck, ob's ganz oben war. Hier sind Steine... Ja, das ist er hier. Genauso. Du gräbst, ich verteidige dich. Äh, halt. Äh, das war... Na, vielleicht verteidige dich erstmal auch nicht. Warte, grab mal bitte noch nicht. Ich will gucken, wie es unserem Schiff geht. Äh, zu spät. Oh. Äh, unserem Schiff soll das gut gehen. So. So. Nimmst du's? Ja. Verteidige dich. Äh, warte mal kurz. Ja. Egal, ich hab kaum Leben. Brauchst du was zu essen? Na, ich müsste bloß das Ding mal fallen. Warte mal, ich lass das Ding mal fallen. Mach auf Tag und dann kann ich doch, äh, das auswählen. So, dann machen wir X. Direkt unter uns ist der Wasserfall übrigens. Wollen wir es riskieren? Ja, runter zu springen. Ich geh hier ein bisschen den Weg runter. Okay, halbes Leben. Alles gut. Alles gut. Ja, ich, ich mir, okay, ich humpel. Ja. Egal. Ähm. Ja. Ja, ich guck mal, wie es unserem Schiff geht. Ja, mach das. Äh. 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 Loch sieht's gut aus, ob's getroffen wurde. Gucke ich jetzt nach. Äh. Die Truhe geht hier hinten, also hier hinten geht ne Luke off. Und wir haben anscheinend nen... nen Skarabius. Na dann. So. Schleierbahn entdeckt. Oh ja, wir haben ein Loch. Wir haben ein Loch. Oh, wir werden auch grad beschossen. Oh ja, ich wär... Ich hab Piratenschlangen. Äh. Erzähl was. Oh. Ja. Unterbeschuss, Alter. Äh. Komm mal, was nicht möglich mit dem... Zieh mal den Anker hoch, zieh mal den Anker hoch. Zieh mal den Anker hoch. Zieh mal den Anker hoch. Ja, ich mach's. Will, 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 will. So, Harten. Bis oben. Fahr los, fahr los, fahr los. Nicht machen. Nein. Oh, du musst kurz reparieren. Äh, warte kurz. Wir sind aufgekommen. ich habe keine naja ich mach lieber das hier das kann ich reparier du mal weißt dass wir in schädel da gelassen haben wir haben das was wir brauchen da wir grauen nein was los meine pvp künste jetzt versuch mal das segel so auszurichten dass wir es schaffen rechtzeitig hier weg zu kommen das segel ist schon direkt im wind oder das weiß ich halt nicht und versuchen nicht da rein zu lenken warum jetzt dann drehen wir doch einfach mal ab wir sind gut wir haben zwar nur noch sechs kanonenkugeln ich drehe mal jawohl fahrt und los ich kann nur noch rumpeln wir wurden nicht getroffen versuch an keine insee ranzukommen ich gebe mir äußerste mühe ich guck mal kurz wie weit der nächste außenposten entfernt ist wir sind gerade vorbeigefahren nese war nicht du kannst von oben manchmal herunter gucken ja ich habe es jetzt so gemacht dass du stehen solltest das schiff ist hinter uns war ja klein aber ich setze mich wieder an die kanone wir haben nicht mehr viel kanon an ich schieße ich mich da gleich selber auf und macht die platte versuch was ich sehe grad nie wo ich hinfahre ist irgendwo ja da ist nebel geradezu ist keine insel doch da ist ein berg wenn aufzuschießen um dir zu sagen wo der nächste außenposten ist im süden der geschliffen hat geschliffen geschliffen wer ist das wenn die kanonkugeln ich schlage du wirst wir fahren jetzt eher richtung wochen ja ich hab's gesehen nein bitte schleifen auch haben die endlich unendlich bin und bin ich ich versuche das säge so einzustellen dass es funktioniert es funktioniert jetzt gar nichts ich weiß nicht wo sind die direkt hinter uns jetzt okay ich versuche gerade richtung süden zu tränen wunderbar wir haben jetzt gerade totalen gegenwind oh ja aber macht nichts macht die platte auch die hat mich getroffen der dreck mich getroffen ja es war aha hast was war das was reparieren so also irgendein leck unterdeck nein also du zu fahren ich versuche das schiff irgendwie auf vordermann zu bringen erstaunlicherweise sind die gerade an uns vorbei ich drehe jetzt komplett wieder um ja vielleicht haben wir sie jetzt abgehangen aber das ist zu früh gefreut bleibt doch bitte da sie drehen wieder das ist ja das wird lustig äh tab zack ähm was m f und auch ja katze auf zu heulen boah du hast den grünen schleier ähm ich repariere ja ich würde dir gerne irgendwie gerne helfen aber du willst mir wenn du weiter fährst machst du gerade sehr gut naja eigentlich nie wirklich ist mir egal du kannst fahren ich repariere und mache alles andere ich halte uns über bord und du hältst uns auf kurs soll ich dir mal was sagen wenn du jetzt runter springst dann kannst du noch den schädel holen geh weg soll ich dir mal was sagen ja ich hoffe das trifft mich nicht oh verdammt so drehen wir ein bisschen dass ich die auch treffen könnte nein das ist so auffällig nicht fahr einfach so weiter in der hoffnung wir kommen irgendwann an ja weil ich hätte jetzt würde jetzt sagen kann es sein dass ich jetzt auf den außenposten zu steuere ich mach grad säge wieder so dass wir den wind bekommen jetzt jetzt nein du musst jetzt nach südwesten hab ich getroffen hat gekauft es hat mich runter gehauen auf verdammte ja ist egal ist egal warte auf die mehrjungfrau die würde dein leben erleichtern ja ich sehe keine da jetzt irgendwo ist eine mehrjungfrau finde die mehrjungfrau wo ist die da ist ich sag mal so wir leben noch ja aua f f ähm q was war's 7 um reparier 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 jawoll wir haben bald kein words mehr zack 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 ähm f ähm wo sind die vielleicht wir steuern gerade auf ein nächstes Schiff direkt vor uns ne ja rieseln cinq axes wir helfen und nein ist drinrische ne wir haben gar nichts mehr wir haben gar nichts mehr wir haben holz und essen und von den holzen noch neun stück neun mehr reparieren ja das war's jetzt der kanonkugel hat gehört die brennen jetzt oder auch nicht wo ist die mehrjungfrau versucht zu überstehen ich muss noch wissen ok und das schiff läuft voll ach du bist wieder da gut ja ich lasse dich doch hier nicht im stich jetzt reicht es aber hier nichts sinnvolles voll rein da das steuer wurde beschädigt ich bin tot mein gott ich humpel ja ich hoffe jetzt gerade nicht in der insel rein wenn ich nicht alles reparieren wenn du glück hast fahren wir genau im kreis komm reparier alles ja wir können nur noch viermal reparieren ne ja bei mir im inventar habe ich noch holz ja das ist jetzt wahrscheinlich weg ja ok wenn du wieder an bord bist dann geht's sollte es wieder gehen die park der toten und das steuerbaut wurde halt echt kaputt gemacht ja so ich bin durch mal sehen wie es aussieht ja da muss ich hin da muss ich hin zack hast du schon repariert ja bringen wir uns einfach hier weg bitte ich versuche vielleicht was dem araktes und wir haben nur noch eine lagerkiste das holz und essen äh warum leckt das gerade so? gut zu wissen ok das diese kugel wird uns treffen ey ich bin taub wo muss ich eigentlich jetzt hin? ich möchte die insel streifen aber die streifen die insel ja 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 das ist unsere chance einfach dazwischen den beiden bergen durch ja ich gebe mir mühe ja 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 ähm ich höre keine kampfmusik mehr ja ja ne gute und ne schlechte nachricht für dich sie verfolgen uns nicht mehr ja oh und die schlechte nachricht ist wir müssen nach da hinten zurück ja nach weg ja verdammt ähm äh ist egal ist egal ist egal ich hab Zeit äh so jetzt habt ihr erlebt wie es ist aus einem pvp kampf zu fliehen durch wegrennen und 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 die folge ist besonders lang heute mhm fast 25 minuten und da wir das jetzt überstanden haben und kurz Zeit haben zum luftholen sag ich an der stelle mal bis zur nächsten folge tschau tschüss mia tschüss oh ho ho ho